Bist du spät, das ist das Problem. Das ist geschehen, YouTube-Bads. Willkommen, wir sind heute hier mit Terratron. Wir spielen heute Capital Flag. Bitch! Oh, nimm's jetzt mal wieder auf, ne? Ja, mal einmal gucken, wie das ankommt, ob die Leute vielleicht auch so einen Spaßmodus mal sehen wollen. Ich will eigentlich keiner sehen. Hallo? Weil das meiste, was ich immer hochladen, ist eigentlich nur Ranked oder Normal Conquest. Wow, Digga, warum bist du denn jetzt so? Oh, krass. YouTube, wisst ihr was? Das Ding ist, wenn ich mit ihm so normal bin ohne Video, dann liebt er mich immer. Und wenn ich dann ein Video aufnehme, macht er mich immer fertig. Wir treffen uns hier immer heimlich, aber das sollte er ja eigentlich nicht an die Öffentlichkeit. So, das für Herkules, Leute, dieses Item-Bild kaufen. Dein Maul, Huse. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Wisslich. Und hier, wenn ihr mal seht, ich bin einer der besten Flag-Capture. Das seht ihr an meiner Flagge. Ich hab nämlich schon die Flügel und sowas. Und diese Loops. Ach, du bist gar nicht Anubis, schade. Nee. Ich wollte meine... ...Rosher-Bahn mit dem nicht ruinieren. Ich hab ja immer acht... ...kriegt... ...treffer schon... ...Wölfterhausen. Aber ist hier echt zugebaut, Alter. Das ist voll ätzend, Mann. Geil wäre, wenn es einen Bug geben würde, dass man hier rausgehen kann. 4, 3, 2, 1... Geh, mit der Loki, kannst du das nicht raus. Guck mal, hier vorne werden die gleich kommen. Ja, ja, hier vorne werden die gleich kommen. Ja, da kommen sie. Da ist er. Kümmert dich mal darum. Ich geh kurz. Ich geh kurz. Ja, weil die alle da sind. Ich capture das Ding. Alter, er ist überlebt. Fahne noch. Ich hab die Flag. Anubis rasiert mein Arschloch. Okay, Anubis, je mir, followt mir. Ich brauch jemanden, der Pass nimmt. Ich brauch hier jemanden, der Pass nimmt. Nehmt doch jemand die Flag. Nehmt jemand die Flag. Please. Oh, lol, der 700er Crit in sein Gesicht, Alter. Wenn ich da rumgehe, guck mal, dass du mir irgendwie entgegenkommen kannst, wenn die da alle captchern. Ja. Weil das wäre echt Zucker dann, Digga. Ja, die gehen wieder zu unserer Flagge. Hab die Flag, bitch. Ich hab ihn mit der Flag gefleckt. Ich komm. Ich weiß jetzt gerade nicht, auf welcher Seite. Mit der Flag, ich komm. Oh mein Gott, ich bin einfach so gut. Ja, die können mich nicht aufhalten. Ja, ich will das irgendwie voll scheiße. Ich mach null Schönen. Yes, der zweite Kill mit der Flag, bitch. Boom, ich hab ihn geflaggt. Ich flag ihn. Oh, und der dritte Dings mit der Flag, Alter. Ich liebe das Game. So witzig, Digga. Oh, fuck. Okay, Defender. Ich komm, ich hol unsere Flag. Nice, Artemis hat die gezeckt. Von oben weg. Ich hol die Flag wieder. Ich hab die Flag. Was ist die Blöde? Die lässt sich so leicht verarschen. Ja, Mann, aber richtig nice. Die verfolgt mich anstatt ich. Ich muss sie nur deliveren, das geht noch nicht. Weil ihr die Flag noch nicht habt, die andere. Oh, ich weiß gar nichts mehr. Aber du bist ja gar nicht Anubis. Ich bin jetzt voll verwirrend, wenn du nicht Anubis bist. Ihr müsst nur die Flag kriegen. Ja, ich bin... Ja, kein Problem. Kein Problem. Ich stehe hier hinten und chill. Ich warte jetzt hier hinten. Nein, das ist Herkule. Oh Gott. Ja, die kommen. Ja, die haben alle Magi. Ja, du musst auch einmal Magi suchen. Das ist das Geilste, was geht, Alter. Magi ist scheiße. Dann mag ich ja noch weniger Schaden. Ja, ja, dann bleib so. Aber Loki mit Crit ist schon ganz witzig, Alter. Da kommt er wieder. Na, Hacky Boy? Oh, hast du gesehen? Oh, ho, ho, ja. Ich bin reingedasht und hab ihm mit der Flagge einen Japp gegeben. Das ist so geil, der Modus, Alter. Ey, einfach mal um abzuschauen. Man riecht einen an der Waffel. Wieso denn, Digger? Ich bin einfach... Ja, ey, hast du gerade den Play gesehen? Ich bin ihm hinterher gedasht und hab ihm erstmal eine gejappt, Junge. Was ist denn los? Zack, Alter. Ich bin der Flag-Trigger. Boah. Pff. Ich hab schon einmal returned. Ey, ihr müsst irgendwie da bei denen in die Base kommen und die finden, die Spasten. Ja, ich bin auf dem Weg. Wapsel. Kannst du ihn wieder heimbringen? Ja, ja, gut, ich geh. Ja, ist easy geschafft. Oh, ich bin so gut, Digger. Ich bin so gut. Ich hätt fast... Loki... Warte, 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 warte. Lass mich den Tropf hier nehmen. Ja, nice. On my way? Äh, Herkules hat unsere. Warum droppt er die? Wo ist Herkules? Okay, ich komm. Ich bin hier. Flagge ist voll stark. Ich kann eins gegen eins sehen. Ich will gewinnen mit der Flagge. Nein, geh einfach weg. Digga, was willst du denn, du Spaß? Mama, fuck. Nice. Dann lass uns die Flagge einfach mit Jemmy beschützen. Fuck, jetzt fehlt mir ein Item, weil ich zu lange gewartet hab. Ich bin Carrie. Jemmy hat mir gegeben. Ja, jetzt müsst ihr irgendwie versuchen, die Flagge wiederzuholen. Der Herkules hat die. Ja. Ist nicht so schlimm. Versuch mal hinten zu defenden, ne? Ja. Atem ist es hinter mir? Ah, nee, ist unsere Atem. Ja, ja, ich höre nur die Schritte. Ich achte wenig auf die Map. Ja, ich habe jetzt zwei am Arsch. Atem ist Ulti. Ja. Versuch einfach da rauszukommen. Das Problem ist, ich weiß nicht, du kannst Herkules nicht klatschen, ne? Du bräuchst es vielleicht... Ja doch, du hast genug Penn eigentlich, ja? Schlage ist so OP. Ja, die 500 Damage ist heftig, Dinge. Ja, aber dafür bist du halt... Okay. Grupp aus. Attack. Dinge, die müssen mal runterkommen, Alter. Die sind ja überkrass unentspannt, Alter. Die tun so, als wäre das hier so ein Ranked-Wer, weißt du? Oh, ich habe gerade die Loki-Ulti mit meiner Eins gedacht. Nice, da hinten ist Herkules im Dings. Ich habe hundert... Atem ist, ich brauche Hilfe. Ja, aber warum greift sie da auch allein? Ihr müsst Atem ist helfen. Ja, ihr müsst ihr wirklich helfen, weil sie da alleine ist. Sie braucht Hilfe, weil Herkules ist fast down. Shit. Melder hat halt. Ich würde mich selber töten, wenn ich ihn angreifen. Be careful! An ally hat fallen. Die Flagge sieht geil aus. Yimmy ist hier. Yimmy ist hier. Vorsichtig. Ja, ich gehe nach oben. Man will immer beatzen, ne? Wenn die immer kommen. Ja, Alter. Jetzt gehen sie zusammen. Jetzt gehen sie zusammen. Warum geht Atem ist nicht noch ein bisschen mehr live? Sie geht von low los. Loki ist bei Anubis hinten. Er hat geultet. Loki hat geultet. Anubis ist down. Ich bin gleich hier hinten alleine. Versuche Herkules zu klatschen. Ne, ich töte mich selber. Echt? Wieso? Ich nehme Halt. Ja, du musst Krit rausnehmen. Nimm Krit raus. Wenn du die Flagge fallen lassen. Ja. Anubis hat die jetzt. Okay. Doch nicht. Yimmy hat die genommen. Fuck. Ihr müsst... Du musst... Nimm mal Krit raus, weil Nimin Lion progt nicht auf Krit. Also du machst nicht so hohe Krits dann, weißt du, und stirbst nicht gleich. Nimm die Krit raus, den du hast. Nimm Krit raus. Ja, wenn ich das nächste Mal tot bin. Ja, glaub mir. Nimm Krit raus. Immer noch ein Masamune. Weil wenn du... Das Ding ist, nämlich das machen... Denken auch immer viele... Viele spielen doch einfach immer Nimin Lion, ne? Nimin Lion ist aber nur gut, wenn der Gegner Krit hat. Nice. Jetzt könnt ihr die nutzen. Das ist nur Herk, der die Flagge hat. Er hat die nicht. Okay. Ah, Yimmy ist das, ja. Digga, ich trage die Flagge seit zwei Minuten oder so. Oder seit... Ne, seit acht... Fast acht Minuten trage ich die Flagge, Alter. Alter, kriegt ihr den nicht down? Ah, da ist die Flagge. Könnt ihr die holen? Wo ist sie? War der nicht vorne bei euch? Einer gerade mit der Flagge? Oh, ihr seid alle ziemlich low. Ihr müsst vorsichtig sein. Loki ist fast down. Und Artemis ist hier vorne bei mir. Ich bleib extra hier im Gang. Fuck, ich bin in die Falle gelatscht. Oh mein Gott. Hier, hier, hier ist Anubis. Ich bin da, ich bin da. Ne, er ist weg, er ist weg, er ist weg, er ist weg. Er ist weg. Er war da vorne. Sehr vorsichtig da, ne? Nice. Yimmy hat Dings... Anubis ist da hinten bei euch irgendwo. Irgendwo hier vorne bei uns war der. Da, left, left, left. Hast ihn geultet, ne? Hm. Ja, gut. Schön gemacht. Aber, du bist... Aber die Art ist... Aber die Art ist... Jetzt sterbe ich nicht, ne? Nimm deinen Crit raus, Diggy. Ja, ich muss ja sterben dafür. Ach so, ach so. Digga, sorry. Ich gucke immer unten auf den Loki. Du bist ja oben. Ich denke die ganze Zeit, du bist das unten. Aber das wisst du ja gar nicht. Ja, wir haben gewonnen jetzt. Jetzt ist Overtime, kommt nicht. Das... Ja, wir haben gewonnen. Zweimal gecaptured, Alter. Easy peasy. GG. Danke fürs Zusehen, YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. LaF-, 是... Vielen Dank.